Okay, willkommen zu einer neuen Folge und zum letzten Part für heute. Und jeden endgültigen Part. Ich bin im letzten Part ja gestorben, ich habe die ganzen fucking Zombies jetzt hier getötet. Es gibt hier nichts mehr und öffnen wir mal. Okay, mein Kumpel, das ist der Typ, den wir auch gesehen haben, der... Oh, Leben. Das ist auch der Typ ja, der die Frau so geschleppt hat von hinten. Wenn ihr euch daran erinnert, an die Szene ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Dungeon, so gesagt. Letzte Stage. Will ich mich verarschern? Ach so, die Frau... War schon weg. Irgendwie will ich das nicht hören, das macht mich einfach nur seelisch kaputt. Und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. Für immer und ewig in diesem fucking Game. Dann nie wieder... Nie wieder Dimension. Nur der zweite Teil, aber das ist im nächsten Jahr. Der Final Encounter. Was ist das für ein Ort denn? Warum leuchtet hier alles? Wenigstens brauche ich da kein Lichtjahr anzumachen. Okay, wenn es so weiter geht, dann freue ich mich schon auf den Bosskampf. Was ist das für eine Mucke, Mann? Sie greift mich das an, ich habe nicht mal Licht an. Okay, das heißt nur, dass es hier nichts mehr kommen wird. Was ist das für eine Mucke, Mann? Was ist das für eine Mucke! Oh! Zieh mal um dein Leben, Mann! Ja, chill dein Leben, komm! Okay, weiter geht's. Und die beste Möglichkeit gegen diese Gesichter hier, diese Missgeburten von Gesichtern zu töten, ist ein Maschinengewehr. Wirklich, ein Maschinengewehr ist am besten. Und ich hab das auch... Dieses Spiel hab ich bisher ohne einen Revolver auch noch geschafft. Gut, gut. Geht doch. Ich hab keinen Bock jetzt nochmal zu sterben. Kommt jetzt die letzte Stage? Komm, ich hab keinen Bock mehr. Gut! Meine Fresse. Okay. Komm, beeil dich Digga, komm. Keine Knückelpausen hier. Wie komm ich auf die Idee, dass jetzt... Okay. 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 Wer ist eigentlich vorbei? Okay. 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 Ich bin schon davor einmal gestorben. Ich habe immer ein bisschen vorgespielt, um zu sehen, was jetzt gleich kommt und vielleicht kommt eine hässliche Stelle, auf die ich gar keinen Bock habe. Okay. Hier noch nicht. Gleich kommt die hässliche Stelle. Okay. Okay, wir sehen uns... Warte. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese scheiß Gesichter hier getötet habe. Okay. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich mit den Gesichtern was zu tun hatte. Oh Mann. Oh Mann. Wie lange ich daran saß, diese drei Gesichter, diese drei fucking Gesichter umzubringen. Wenn ich das alles aufgenommen hätte. Zu viel Fail. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist dieser Mottenschwang nur. Okay Bin der letzten Stage angekommen Jetzt ist nur Der Boss und ich Ich brauch Sniper Munition Dann fick ich ihn Ah, ich hab Sniper Munition bekommen Und ich speichere jetzt Bevor ich ihn abkratze Und das alles normal machen muss Komm Gut gemacht Guck Wir haben Bisher gute Chancen Guck mal auf Map Auf Map Da oben rechts Okay Okay Ich bin stärker than you I own you Geschafft Fuck you Fuck you Du Missgeburt Oh man Ja 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 Oh Äh Let the record show That as of 3.33am The patient has survived Phase 1 of the operation Prepare for phase 2 What the fuck Das ist mein Protagonist Was ist das für eine Schwuchtel Hallo Ich hab ganze so ein Ähm Keine Ahnung Wie heißt der wieder Wie heißt der So ein komischer Schauspieler Der auch so aussieht wie er Vielleicht bist der Wen ich meine Ich hab so eine Schwuchtel gespielt Nichts ging schwule Aber ja Dieser Gegner ist fertig Dieser Endgegner ist fertig Ja Nie wieder Dimension Nie wieder Ja Gaspus pur Fuck you Spiel Ganz ehrlich Fuck you Ganz ehrlich Fuck you Dieser Boss Ich Der erste Teil Vor der Äh Vor ich Bevor ich Map gemacht habe Hab ich meinen Bruder gemacht Das hab ich die erste Runde geschafft Dann hab ich alleine gemacht Weil mein Bruder das auch nicht mal Klarkommen konnte Und Ja Mann Ich hab diesen Huchen So vom Boss besiegt Ich hab noch nie so Lust Diese Befriedigung Diese Befriedigung So gut Und Dimension ist endlich Fertig Ja Freut euch schon auf Den 31. Oktober Fuck you Und wir sehen uns Nächste Mal Bei Dimension 2 In 2013 Hihi